Die Athleten müssen sich mit intensiven Sommertrainings auf den Winter vorbereiten. Du nicht! Du bist bestens vorbereitet für deinen Einsatz an der Winteruniversiade 2021. Egal ob unterwegs mit Freunden, bei einem Ausfahrt Lissgrünen oder auf einer Erkundungstour in deiner Stadt. Wird Attaché, Fahrer oder hilf mit bei vielen weiteren spannenden Aufgaben. Meld dich jetzt als Volontier für den einzigartigen Multisport Alassar.